Was ist dein Beruf? Karl, was ist dein Beruf? Ist deine Mutter Schauspielerin? Ist deine Mutter Schauspielerin? Maria, was ist dein Beruf? Mein Beruf, dein Beruf Beruf Er ist Professor und sie ist Professorin Mein Bruder ist Professor und meine Schwester ist Professorin Mein Bruder ist Professor und meine Schwester ist Professorin Und meine Schwester ist Professorin Ist deine Frau Professorin? Sie ist Professorin und er ist Professor Er ist Professor Er ist Professor Ist deine Mutter Kellnerin Ist Deine Schwester Schauspielerin Sie Ist Professorin Und Er Ist Professor Ist Deine Mann Kellner Dein Professor Mann Kellner 2 2 3 2 3 5 5 10 10 Vielen Dank. Vielen Dank. Ich koche, du kochst. Ich koche, du kochst. Ich koche, du kochst. Du kochst. Du kochst. Du kochst. Du kochst. Ich kochst. Ich kochst. Ich kochst. Ich kochst. Malst du? Malst du? Ich koche sehr gut. Ich koche koche sehr gut. Ja, ich male sehr gut. Und du? Ja, ich malst. Ja, ich male sehr gut. Und du? Und du? Ja, ich male sehr gut. Und du? Ja, ich male sehr gut. Ja, ich male sehr gut. Und du? Ja, ich male sehr gut. Und du? Sehr gut Und du Und du Kochst Kochst Du Und du Und du Und du A, 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 E, H, A, 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 A Wo ist der Park? Der Park und der Bahnhof Der Markt und der Bahnhof Entschuldigung, wo ist der Markt? Wo ist der Markt? Der Markt ist da drüben Der Markt ist da drüben Drüben, Bahnhof, Taxistand, Park Der Taxistand ist da drüben Der Taxistand Da drüben Der Park ist da drüben Der Park Der Park ist da drüben Da drüben Entschuldigung Wo ist der Markt? Der Bahnhof ist da drüben Der Bahnhof ist da drüben Der Taxistand und der Bahnhof Der Taxistand Der Taxistand ist da drüben Der Taxistand ist da drüben Ist da drüben Der Bahnhof 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 ist da drüben Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020